Von der Schlagerbühne auf die Kinoleinwand. Hansi Hinterseer gibt sich so nahe wie nie zuvor. Ein neuer Kinoheld ist geboren. Johann Ernst Hansi Hinterseer, 70, bittet all seine Schlagerfans vor die Flimmerkiste. Im Europapark, gemeinsamer Kinoabend mit Hansi Hinterseer. Bereitet das Popcorn vor und stellt die Softgetränke kalt. Am 30. April 2024 lädt Hansi Hinterseer seine Fans zur Kinopremiere seines Films Hansi Hinterseer, Willkommen im Leben im Magic Cinema 4D im Europapark in Rust ein. Wie wurde er bereits als Kind zum TV- und Werbestar? Wie schaffte es Hinterseer, einer der weltweit bekanntesten Skirenläufer zu werden, später als Sänger Millionen Fans zu begeistern und schließlich auch noch als Schauspieler in Heimatfilmen große Erfolge zu feiern? Der Film gibt Antworten auf diese Fragen, heißt es in der Beschreibung des neuen Schlagerkassenschlagers. Zudem lässt der Film die Hansi Hinterseer-Fans hautnah an den Höhen und Tiefen eines beeindruckenden Lebens teilhaben. Das Besondere, der Kinostar ist am 30. April live vor Ort und wird sich im Anschluss an die Vorstellung mit seinen Fans zusammensetzen und erzählen, was mir dieser Film über mein Leben bedeutet. Wer kein Ticket für die Kinopremiere im Europapark ergattern konnte, muss aber nicht traurig sein. So steht der hinterseerische Dokumentarfilm bei Joints und Streamen zur Verfügung.